Musik Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Grand Hotel Le Trois-Rois in Basel. Mein Name ist Thomas Huhn und ich bin seit 14 Jahren hier als Barchef tätig und darf Sie mitnehmen auf eine kleine Tour durch mein Wohnzimmer. Hier der erste Bereich, in dem wir angekommen sind, die Lobby. Und wir sind vom Konzept her ein Ganztageskonzept, das heißt die Bar hat von 11 bis 24 Uhr geöffnet. Der nächste Bereich, den ich Ihnen zeigen möchte, ist der Barbereich. Unser Konzept Virgin History Young at Heart, Signature Cocktails und Competition Drinks, perfekt bzw. neu interpretiert und umgesetzt. Natürlich zählt dazu noch eine große Spirituosen, Wein, Champagner und Zigarrenauswahl und für den kleinen Hunger natürlich auch Barklassiker aus der Le Trois-Rois Küche. Und unsere Bar ist sehr facettenreich. Der nächste Außenbereich, die Terrasse, die ich Ihnen noch zeigen darf. Und wenn Sie sich am Ende fragen, Bar Le Trois-Rois, warum Best Longseller Bar 2021? Sie haben einen kleinen Eindruck davon bekommen. Ich denke, welche Bar kann in Perfektion, Konstanz, in Performance und Qualität so überzeugen wie wir? Die Frage können Sie sich selber beantworten. Wir würden uns freuen und wünschen Ihnen noch einen ganz schönen Abend. Viel Spaß bei den Awards und bis bald in Basel! Bis bald! 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 Untertitelung des ZDF, 2020